Ladies and gentlemen, es geht weiter. Der FU-Summeister 2004. Und wir sind jetzt nach einem sehr, sehr schlechten Start in die Liga. In die Liga? In die Liga schlechter Start. Sind wir jetzt vor unserem ersten Europapokalspiel gegen den Brünnbüff. FF? IF Highlands. Sag, es geht schon wieder los hier. Meine Güte. Brünnbü, hier liegt hier. In Dänemark, wissen wir ja. Und wir... Diese Fitness leckt mich doch am Zingerli, Alter. Was ist denn hier los, ey? Komm, die haben wir alle eine Fitness vom Schwanz. Ja, wir müssen so spielen. Ich habe auch einen Kader, der einfach scheiße ist. Wir spielen so. Was? Ja, wer ist denn verletzt? Hä? Bin ich dumm? Darf Kumbeda nicht mit, oder was? Ja, Kumbeda durfte ich nicht mit, okay. Ähm... Los geht's. Europapokal, erste Runde, ihr seht schon. Ist keine... Ist keine... Äh... Ist Kau-Runde. Ich glaube, wir uns mit der Game-Karte nicht gut. Freischussbrünn, B. Ja, mit dem Wieser hat ihn. Sehr gut. Eine Ansprache. Mifsud kommt rein. Komm. Jalla. Denk dran, damals gab es noch die Auswärts-Tor-Regel. Deswegen so ein Golasso wäre schon gut. Irgendwie... Oh, Freund, komm mal rein. Haben Sie, komm rein. Ich kann keine Wechsel mehr durchführen. Stimmt, es sind ja nur drei. Ich vergesse es immer. Oh, Mann, es kann nicht sein. Dann geht Brünn, die durch den F-Meter-Entführung. Keine gute Auswärts-Motion für das Kaufspiel. Äh, für das Rückspiel. Echt? Was ist denn heute mit meinem Kopf los? Dazwischen haben wir jetzt noch zwei Spiele. Jetzt direkt Hannover. Auch wenn es geht, mal runter. Und sie kommt rein. Und weiter. Es geht doch gegen Hannover auch wieder nichts, oder? Hannover. Ja, und einfach Zweiter. Mein Gott, ich kriege nur Elfmeter gegen mich. Das gibt es doch nicht. Ja, Kapsel risklose. Super. Das Thema hat es genau erledigt. Unser bester Spieler. Reiß ich nicht. Kapsel. Natürlich noch ein Elfmeter. Die letzten drei Gegentore mit Brünn, die waren alles Elfmeter. Ich bin so sauer, ne? Ist das schlecht? Ramm sie auch wieder bodenlos. Ausspielen. Ja. Ich glaube, wenn es ein, zwei, Anschluss. Amfern muss runter. Lincoln, komm rein. Komm rein. Meniskuswiss von Moetruswil. Ja, fickt euch. Ja, noch ein Elfmeter. Also, das ist wirklich. Und noch eine gelbe. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ist das lächerlich. Ist das fucking lächerlich. Du, ja, immer sieg die Moral um einen Punkt. Gib mich auf den Sack. Oh, wie lange fällt die Dose aus? Schön, dass man nie irgendwo sieht, wie lange der verletzt ist. Ich bin so sauer, Ratz. Ich bin so sauer. Elfmeter hier, elfmeter da, elfmeter überall. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Bis zum nächsten Mal.